Diejenigen von euch, die mir schon länger zuschauen, die wissen ja, dass ich ab und zu runtergehe zum Herrn Schober in den Bücherschmaus. Dieses Antiquariat bei mir unten ums Ecke. Jetzt hat ja der Herr Schober da unten nicht nur Bücher, sondern er macht auch Veranstaltungen wie so Lesungen und so. Neulich war ich eh da. Der Armen einsetzte, nach diesen beiden die Garbergasse benannt. Ein kulturell hochwertiger Platz, gleich um die Ecke ist der Oskar Werner Platz und eine Gedenktafel für Oskar. Ich habe bei der Veranstaltung echt richtig viel Spaß gehabt und gehe sicher noch mal hin. Aber ich gehe jetzt runter zum Herrn Schober und schaue, was es sonst noch so gibt dort. Und ich teile mir ja quasi mein Abo vom New Yorker mit dem Herrn Schober mit dem Bücherschmaus. Und die neuen Ausgaben, die haben sich angesammelt, sind ziemlich viele. Die bringe ich auch runter. Oha, eine neue Auslage. Im Rahmen vom Auslagentausch stellen sich andere Läden von der Nähe vor. Und diesmal haben wir Farben und Lacke aus der Stumpagasse da. Außerdem gibt es der jetzt Liesezeichen und ich liebe Bilderbücher. Das muss ich mir drinnen gleich anschauen. Ich habe gerade was gesehen. Wer verkauft diesen Film bitte? Stolz und Vorteil, der gehört in jeder Stiftung. Der ist so gut. Echt, der hört's. Im Bücherschmaus gibt es ja viele Dinge, auch in vielen Büchern über Wien. Und da gibt es auch eine Lesung von Ingrid Walter, ihr neuer Roman. Und weil ich gerade beim Ankündigen bin, am 27. Februar um 19 Uhr gibt es eine Lesung hier von Günter Zeuner, der seinen Kommissar Kokoschanski in einen neuen Fall schreibt. Ihr könnt ja hier im Bücherschmaus nicht nur zu Veranstaltungen gehen und jedes lieferbare Buch bestellen, sondern auch die Bücher, die es hier gibt, kaufen. Und jetzt 10 Bücher in 10 Sekunden. 10 Bücher in 10 Sekunden. So, das war mein Besuch beim Wiener Bücherschmaus und ich gehe jetzt heim. Und jetzt 10 Bücher in 10 Sekunden. Also allerdings schon beiiko, weil diese Flborne in 10 Sekunden. So, das war's. Vielen Dank.